Mit mehreren Streifenwagen rückt die Polizei am Sonntagabend in die Silo-Straße aus. Denn dort hatte sich ein brutaler Messerangriff ereignet. Schwere Verletzungen erlitt dabei eine Frau in ihrer Wohnung. Zugestochen hat laut Polizei mehrfach ein 40-jähriger Mann, der zuvor an der Tür seiner Nachbarin klingelte. Als die 39-Jährige die Tür öffnete, stach der Angreifer sofort zu. Während die Polizei den Täter vorläufig festnahm und abführte, brachten Rettungskräfte die Frau nach der ersten Versorgung vor Ort ins Krankenhaus. Laut Polizei schwebt sie nicht mehr in Lebensgefahr.